Die Generalstaatsanwaltschaft München hat einen mutmaßlichen Islamisten wegen eines geplanten Anschlags festgenommen. Dieser sollte sich wohl gegen Bundeswehrsoldaten richten. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Mann plante, in der Stadt Hof Soldaten während ihrer Mittagspause anzugreifen und möglichst viele von ihnen zu töten. Vor einigen Tagen habe sich der aus Syrien stammende Verdächtige dafür zwei Markiten gekauft. Der Beschuldigte sitzt in Untersuchungshaft. Alexa, Wetter. In Berlin beträgt die Temperatur momentan 14 Grad Celsius bei bewölktem Himmel. Heute ist mit regnerischem Wetter sowie einer Höchsttemperatur von 14 Grad und einer Tiefstemperatur von 10 Grad zu rechnen. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Sehr nett. Alexa, Wetter für morgen. Morgen ist es in Berlin wechselnd bewölkt mit einer voraussichtlichen Höchsttemperatur von 18 Grad Celsius und einer Tiefstemperatur von 9 Grad. Und? Alexa, Spruch des Tages. Hier ist der Spruch des Tages für den 13. September von Mark Zuckerberg. Das größte Risiko besteht darin, kein Risiko einzugehen. In einer Welt, die sich unglaublich schnell verändert, ist keine Risiken zu wagen die einzige Strategie, die garantiert scheitert. Tja, kommt gesund durch den Irrsinn, passt auf euch auf. Salü hier aus Berlin. Und da, die sich mit dem, was ich 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 mit